Der im Bau befindliche Solarpark Oberreichenbach nimmt eine Fläche von insgesamt 35 Hektar ein und soll eine Nennleistung von 35 Megawatter bringen. Das ist etwa so viel wie 5% der Leistung eines Kernkraftwerkes oder zum Vergleich erneuerbare Energien etwa so viel wie 6 große Windkraftanlagen an Leistung erbringen. Der Solarpark wird seit Mai 2024 gebaut. Der Vorlauf für dieses Projekt betrug nur etwa zwei Jahre. Die landwirtschaftliche Fläche war zuvor über Jahre vorwiegend Weideland für einen Kuhstall. Der Landwirt gab jedoch schon vor den Planungen für diesen Park sein Geschäft hier auf. Der Landwirt ab jetzt über die Fläche von 2.000 Euro. Die Fläche hat noch vorwiegend Weideland für die Fläche von 1.000 Euro. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020